Herr Hadler. Ich habe noch mal eine Frage, was das jetzt für die Kultur bedeutet. Also wenn man jetzt sagt, dass 650 Menschen sich in einem geschlossenen Raum aufhalten dürfen, dürfen die dann, weiß ich nicht, jetzt im Saal des Schauspielhauses nebeneinander sitzen? Nein, dazu gibt es eben Schutzkonzepte. Wir hatten ja die Regeln an den Anfang gestellt und wenn Sie jetzt diese verschiedenen Größenordnungen sehen, 1000 im Freien, 650 in geschlossenen Räumen, dann nehmen wir mal die Elbphilharmonie, die hat über 2000 Plätze. Jetzt darf es dort wieder etwas geben, wo 650 Personen teilnehmen. Da sind dann Sitzplätze zugeordnet, da gibt es Regeln dafür, dass die Aus- und Eingänge geregelt werden, dass wir auf Abstände achten, dass Belüftungsvorgaben eingehalten werden. Es muss also dann Konzepte geben. Das heißt, diese verschiedenen Veranstaltungskategorien, 1650, 200, 100, feste Sitzplätze oder nicht, Alkohol oder nicht, steht immer sozusagen als Regel, dass dann entsprechende Vorkehrungen auch getroffen werden, die man eben für den privaten Bereich, das war die Wohnungsfrage von eben, ja nicht hat. Da sagen wir nur, wir empfehlen allen, allen weiter darauf zu achten, aber wir können jetzt nicht erwarten, dass jemand für seine private Wohnung noch ein Schutzkonzept erstellt und deswegen ist das dort eine eigene Kategorie geworden. Aber bei diesen großen Veranstaltungen, wo wir wirklich einen Schritt gehen, 650, das ist dann ein Konzertsaal, das kann ein Schauspielhaus sein, da wird man Konzepte brauchen, wie die Menschen dort rein, wie sie wieder rauskommen, da wird sichergestellt sein, dass die Belüftung ausreichend ist und ähnliches. Herr Fischer. Was bedeutet denn, zum einen habe ich nochmal eine Nachfrage zur Kultur, aber eben auch für Sportveranstaltungen in der Stadt. Also Herr Broster hatte ja gesagt, diese neuen Lockerungen müssten ein aktives Geschehen.